1988 wird eine junge Frau nach einem Clubbesuch in Aschaffenburg vergewaltigt. Mehrfach sticht der Täter auf sein Opfer ein und verscharrt die schwer verletzte junge Frau im Wald. Doch sie überlebt. 30 Jahre lang bleibt die Suche nach dem Täter ohne Erfolg, bis 2017 plötzlich Licht ins Dunkel kommt. Mordsgespräche, der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken. Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem True Crime Podcast der Mainpost. Hier sprechen wir alle zwei Wochen über einen wahren Kriminalfall aus Unterfranken. Mein Name ist Desiree Schneider und ich bin Silke Schmidt. Und wer die letzten 40 Folgen zugehört hat, der wundert sich jetzt, denn ich habe einen neuen Namen. Ich habe im Juni geheiratet und den Namen meines Mannes angenommen. Und wir sprechen hier heute wieder über einen regulären Fall. Beim letzten Mal war ja der Strafverteidiger Norman Jakob bei uns und hat uns aus seinem Leben und vor allem auch aus seinem Berufsleben erzählt. Und heute ist wieder jemand aus der Redaktion bei uns. Das ist heute Benjamin Stahl. Er ist Redaktionsleiter der Schwerpunktredaktion bei der Mainpost und hat über den Fall, über den wir heute sprechen wollen, berichtet. Hi Benni, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Unser heutiger Fall liegt wieder mal ein bisschen länger zurück. Er hat sich im Jahr 1988 ereignet und zwar in Aschaffenburg. Damals wurde eine junge Frau Opfer eines wirklich grausamen Verbrechens, dass sie letztlich nur sehr knapp überlebt hat. Der Fall galt ziemlich lange als sogenannter Cold Case, also als ungelöster Fall. Denn fast 30 Jahre lang konnte der Täter nicht gefunden werden. Zumindest bis die Ermittlerinnen und Ermittler sich die Akte vor ein paar Jahren noch einmal vorgenommen haben. Und plötzlich kam wieder Bewegung in den Fall. Da im heutigen Fall auch der Alkoholkonsum des Täters eine Rolle spielt, haben wir für diese Folge auch mit Strafverteidiger Jürgen von Gries gesprochen. Er hat den Täter damals vor Gericht als Pflichtverteidiger vertreten. Mit ihm sind wir einmal der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen Alkohol- und Drogenkonsum denn auf die Frage nach der Schuldfähigkeit vor Gericht haben können. Und vielleicht auch hier noch eine kurze Anmerkung vorweg. Wir sprechen heute in dieser Folge über eine Vergewaltigung und schwere körperliche Gewalt. Wenn ihr mit dem Thema also nicht so gut umgehen könnt, dann hört die Folge vielleicht lieber nicht oder zumindest nicht alleine an. Und damit würde ich sagen, starten wir mit dem heutigen Fall. Dafür gehen wir zurück in das Jahr 1988, genauer in die Nacht des 4. Januar. Bevor wir richtig loslegen, kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, in was für einem Setting wir uns bewegen, Benni. Also was ist Aschaffenburg so für eine Stadt für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die sich in der Region vielleicht nicht so gut auskennen? Ja, Aschaffenburg ist im Vergleich zu Würzburg eine etwas kleinere Stadt mit heute 72.000 Einwohnern. Mittlerweile gibt es dort eine technische Hochschule mit rund dreieinhalbtausend Studierenden. Im Jahr 1988 sah das noch etwas anders aus. Aschaffenburg war noch etwas kleiner, ungefähr 64.000 Einwohner. Die Hochschule gab es damals noch nicht, die wurde erst später gegründet. Damals wie heute gilt Aschaffenburg aber schon als Speckgürtel von Frankfurt. Also es gibt viele Leute, die in Frankfurt arbeiten, in Aschaffenburg oder im Umkreis Aschaffenburg wohnen. Und dieser Fakt spielt ja auch bei unserem Fall zumindest indirekt eine kleine Rolle. Und obwohl Aschaffenburg eine kleine, beschauliche Stadt an sich ist, ist in der Nacht vom 4. Januar 1988, in der unser Fall heute spielt, in der die Tat begangen wurde, einiges los in der Innenstadt. Und unterwegs ist in dieser Nacht auch Sabine M., wie wir sie im Podcast nennen wollen. Genau, Sabine M. ist mit einer Freundin unterwegs. Sie ziehen durch die Stadt, landen irgendwann im Nachtcafé. Das war damals eine Diskothek in Aschaffenburg. Sie tanzen da die Nacht durch und haben Spaß zusammen. Was wissen wir dann eigentlich über Sabine M.? Sabine M. war damals 22 Jahre alt, eine zierliche junge Frau, arbeitet als Friseurin, kam nicht aus Aschaffenburg, sondern aus dem Nachbartenlandkreis Offenbach, also auch Richtung Frankfurt am Main. Sie ist also zum Feiern abends nach Aschaffenburg mit ihrer Freundin gefahren? Genau, dort haben sie eben, wie gesagt, getanzt, zuletzt in der Diskothek Nachtcafé ungefähr bis morgens um 2 Uhr. Dann verlassen die beiden Frauen die Diskothek, trennen sich hier. Ihre Freundin geht zu einem Auto, wo ein Freund sitzt, bei dem sie sich verabschieden möchte. Sabine M. geht zu ihrem eigenen Auto, ein weißer Mitsubishi, der auch ganz in der Nähe parkt und steigt dort ein. Also Sabine M. ist alleine, als sie zu ihrem Auto geht und auch nicht in der Nähe von ihrer Freundin und deren Freund? Nee, in der Nähe schon. Die Autos parken tatsächlich in unmittelbarer Nähe um die Ecke, aber sie sehen sich nicht mehr. Ja, Sabine M. steigt also aber dann letztendlich allein in ihr Auto ein, setzt sich in das Steuer. Doch dann geht plötzlich die Fahrertür auf und jemand drückt sie gegen das Lenkrad, presst ihr einen Schraubenzieher gegen den Hals, quetscht sich an ihr vorbei, ins Auto auf dem Beifahrersitz und der Unbekannte sagt zu ihr, fahr los. Sabine weiß in dem Moment erst mal gar nicht genau, was los ist. Sie wird das dann später beschreiben, als dass sie zuerst gedacht hat, da will jemand, dass ich hier nach Hause fahre und sagt dann so sinngemäß, wenn du heim willst, dann such dir doch ein Taxi. Also sie überreißt die Situation im ersten Moment überhaupt nicht. Also der unbekannte Mann sitzt mit ihr im Auto, aber er sucht keine Mitfahrgelegenheit, sondern er hat mit Sabine M. viel Schlimmeres vor. Ja, das muss man leider so sagen. Er zwingt Sabine M. eben mit einem Schraubenzieher bewaffnet loszufahren und sagt zu ihr so etwas wie nach Haibach hin herum, also ja im Aschaffenburger Dialekt, der so ein bisschen ans Hessische erinnert. Und was genau meint er damit? Mit Haibach hin herum meint er, dass Sabine M. mit ihm in Richtung Haibach, als eine kleine Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, fahren soll. Sabine M. wusste das natürlich auch nicht, weil sie nicht aus der Gegend kam. Die Gemeinde ist nur wenige Minuten vom Club entfernt und er meinte eben mit hin herum, dass sie nicht die Hauptstraßen nehmen soll, sondern eher Nebenstraßen, die nicht so wirklich vielen Leuten bekannt sind. Und er lotst sie dann auf eine Anhöhe in einem Waldgebiet, das am Hasenkopf heißt und befiehlt ihr, in einen Feldweg abzubiegen. Also er kennt sich scheinbar schon aus, was daraufhin deutlich wird. Davon ist auszugehen und davon gehen auch die Ermittler aus. Sie werden das später als einen Hinweis, dass der Täter aus der Gegend stammen muss, auch den Waldweg und den Ort, wo sich dann die spätere Tat ereignen sollte, ist wohl auch nur sehr ortskundigen Leuten bekannt. Und dass er Sabine auf direktem Weg dorthin gelotst hat, zeigt den Ermittlern, dass er sehr gezielt gehandelt hat und das Ganze auch geplant hatte. Okay, es ist jetzt also irgendwann nach zwei Uhr in der Nacht und Sabine M. fährt mit ihrem Auto und dem Unbekannten auf dem Beifahrersitz in das Waldstück bei Aschaffenburg. Was ist denn dann passiert? Ja, was jetzt kommt, ist extrem brutal und kann man nur als Materium bezeichnen, das sich über mehrere Stunden hingezogen hat. Die beiden halten irgendwann also in diesem Waldstück an. Der Mann steigt aus dem Auto aus, raucht erst mal eine Zigarette und schlägt dann auf Sabine M. ein und fesselt sie. Er vergewaltigt sie dann über mehrere Stunden. Später ist von ungefähr zwei Stunden die Rede. Sie denkt dabei nur, so hat sie es damals im Gericht gesagt, sie hat nur gedacht, bitte hör einfach auf, lass das vorbeigehen und lass mich das überleben. Das hat er aber nicht vor. Er zerrt sie nach der Vergewaltigung aus dem Auto und sticht mit dem Schraubenzieher mehrfach auf sie ein. Und Sabine bricht dann dort im Wald wahrscheinlich zusammen. Genau so ist es. Später hat sie gesagt, dass sie zwischenzeitlich die Luft angehalten hat und versucht hat, sich totzustellen, damit der Täter von ihr ablässt. Der hat nämlich immer wieder pausiert, hat geguckt, ob sie noch atmet. Er wollte sich also sehr sicher sein, dass sie tot ist. Und verstellbar, dass sie es in der Situation noch geschafft hat, die Luft anzuhalten und sich so ruhig zu verhalten, dass der Täter nicht gemerkt hat, dass sie noch lebt, weil sie hat ja wahrscheinlich starke Blut, starke Schmerzen gehabt. Ja, man muss ja davon ausgehen, dass sie da schon lebensgefährlich verletzt ist. Zunächst scheint aber diese Strategie auch aufzugehen. Der Täter lässt von ihr ab, denkt, dass sie tot ist, verscharrt sie dann nackt und schwer verletzt, wie sie ist im Januar. Die Ermittler haben damals gesagt, es muss so zwischen 0 und 4 Grad gehabt haben. Er bedeckt also ihren Körper mit Erde und Laub und geht, ist sich dann aber wohl unsicher, kehrt nochmal zurück, traktiert sie mit Fußtritten, um zu checken, dass sie auch wirklich tot ist und sie sich nicht mehr bewegt. Zum Glück hält Sabine M. still und der Täter fährt mit ihrem Auto davon. Man muss sich mal vorstellen, was es für sie in dem Moment bedeutet. Sie denkt, er geht weg und denkt, sie hat es geschafft und dann kommt sie aber nochmal wieder und sie muss ihn ja wieder so tun, als wäre sie tot. Ja, das ist wirklich unvorstellbar. Also der Täter geht jetzt quasi davon aus, dass Sabine M. tot ist und es scheint ja auch fast unmöglich, dass sie so einen Angriff überlebt hat. Aber Sabine M. ist nicht tot. Nein, sie ist nicht tot, obwohl es ganz und gar nicht gut für sie aussieht. Sie ist schwer verletzt, hat mehrere Stichwunden im Oberkörper. Das ZDF hat kürzlich eine Doku über den Fall gesendet, in der Sabine M. diese Situation auch noch einmal beschreibt. Und sie sagt da, ihr war nicht kalt und sie hatte auch keine Schmerzen. Also sie war wohl, ja, total in einer Schock-Situation, völlig unter Adrenalin. Möglicherweise war das auch ihr Glück. Bei wärmeren Temperaturen blutet man auch stärker, als wenn es sehr kalt ist. Also vermutlich hat ihr da auch die, ja, letztendlich das Wetter so ein bisschen geholfen. Was Sabine M. auch berichtet hat, ist, dass der Gedanke an ihre Angehörigen, an ihre Mutter, mit der sie ein enges Verhältnis hatte, aber auch an ihre jüngere Schwester, ein bisschen am Leben erhalten hat. Das hat ihr Kraft gegeben. Sie hat an die beiden gedacht, hat sich gedacht, wenn ich jetzt hier sterbe, das verkraften die nicht und hat daraus auch noch einmal, ja, Kraft gezogen. Hat die Kraft gefunden, unter dem Laub und der Erde hervorzukriechen, aufzustehen, im Dunkeln irgendwie den Weg durch den Wald zu finden, eine Straße zu finden. Und das, obwohl sie ja die Gegend nicht kennt, das Dunkel ist. Und sie wahrscheinlich auch völlig orientierungslos gewesen ist. Da muss es dann jetzt ja schon gegen frühen Morgen gewesen sein. War da auf der Straße schon jemand unterwegs? Ja, und da kommt das, was ich eingangs gesagt habe, dass Aschaffenburg so zum Speckgürtel von Frankfurt gehört. Also es war tatsächlich ein Mann damals unterwegs auf der Straße, der am Frankfurter Flughafen gearbeitet hat, aber eben nicht in Frankfurt gewohnt hat. Und der bemerkt Sabine M., sammelt sie auf, nimmt sie in sein Auto mit und bringt die Schwerverletzte in ein Krankenhaus nach Aschaffenburg, wo sie sofort notoperiert wird. Die Ärzte zählen bei ihr ungefähr 16 Stichwunden. Ein Stich hat die Arterie im linken Arm durchtrennt. Auch Lunge und Brustfälle sind verletzt. Das Herz war zum Glück unverletzt. Und Sabine überlebt letztendlich die Tat nur sehr knapp und eben auch mit sehr viel Glück. Um 5.32 Uhr am Morgen, also gut dreieinhalb Stunden, nachdem der unbekannte Täter Sabine M. vor der Diskothek angegriffen hat, alarmiert dann das Krankenhaus die Polizei. Was passiert denn dann? Kann Sabine Angaben zum Täter machen? So kurz nach der OP kann Sabine M. noch nicht vernommen werden. Trotzdem beginnt natürlich sofort eine Fahndung. Es passiert aber erst noch etwas anderes. Am Vormittag gegen 11 Uhr wird der Mitsubishi von Sabine M. nämlich gefunden, mit dem er der Täter geflohen war. Er steht auf einem Firmenparkplatz am Rande der Aschaffenburger Innenstadt, wo ihn der Täter wahrscheinlich selbst abgestellt hat. Auch das spricht laut Ermittlern wohl dafür, dass der Täter zumindest aus dem Raum Aschaffenburg kommt und sich dort auskennt. Es gibt Fotos von diesem Auto, wie er auf dem Firmenparkplatz steht. Also das war jetzt kein öffentlicher Parkplatz, den man kennt, wo die Leute geparkt haben, sondern der muss dann schon gezielt dort so ein bisschen versteckt abgestellt gewesen sein. Und das Auto wird jetzt da wahrscheinlich auch auf Spuren untersucht, oder? Genau, Kriminaltechniker der Kripo Aschaffenburg sichern jetzt Spuren. 1988 gab es noch nicht diese DNA-Analysen, wie sie heute Standard sind bei der Polizeiarbeit. Das muss man wissen. Letztlich hat er das dann auch den Fall zu einem Cold Case gemacht. Es werden Fingerabdrücke genommen. Natürlich, das ist in der damaligen Zeit das Interessanteste. Das bleibt aber alles ergebnislos. Die Ermittler nehmen aber auch Faserabzüge von Sitzen. Das passiert mit so Klebestreifen. Da werden dann die Sitze abgeklebt, um dann eben Fasern von Kleidung zu finden. Aber auch Haare oder Hautschuppen sind natürlich dann jetzt aus heutiger Sicht interessant. Was sie finden im Auto sind Blutspuren. Die stammen aber allesamt von Sabine M. selbst. Sabine M. ist zu der Zeit ja immer noch im Krankenhaus. Die Tat ist ja jetzt auch noch nicht lange her. Wann kann sie dann das erste Mal vernommen werden? Sie kann. Für die Polizei ist das ja immer sehr wichtig, möglichst bald Infos zu bekommen und Ermittlungsansätze noch am Tattag vernommen werden, gegen 13.30 Uhr. Sie kann auch, auch das ist ja nicht selbstverständlich, sehr konkrete Hinweise zum Tathergang und zum Täter geben. Also sie hat eine sehr eindeutige Beschreibung abgeben können. Es gab dann auch ein Phantombild, mit dem gesucht wurde. Das ist, glaube ich, alles nicht selbstverständlich, wenn man sich überlegt, was die Frau in der Nacht, aber auch dann mit einer schweren OP hinter sich gebracht hat. Die Ermittlungen sind also in vollem Gange. Die Polizei sucht den Weg zwischen der Diskothek Nachtcafé und dem Parkplatz ab. Sie versuchen natürlich, Zeugen zu finden. Wir haben anfangs schon davon gesprochen, dass das Auto der Freundin von Sabine M. nur wenige Meter um die Ecke geparkt hatte, aber weder die Freundin noch deren Freund hat von dem Vorfall irgendetwas mitbekommen. Also die dachten einfach, Sabine ist nach Hause gefahren? Genau, so wird es wohl gewesen sein. Sie haben von der Tat nichts mitbekommen und letztlich Sabine M. ja dann auch einfach losgefahren. Also sie hat sich auch gefragt, später, warum habe ich denn nicht einfach einen Unfall verursacht? Das wäre alles möglich gewesen, aber da ist man dann wahrscheinlich auch in einer Ausnahmesituation, dass man da gar nicht auf so eine Idee dann in dem Moment auch kommt. Deswegen ist das Auto ganz normal losgefahren. Die mussten davon ausgehen. Konnte dann der Tatort im Wald noch gefunden werden? Es war ja wahrscheinlich dunkel. Sabine M. kannte sich nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig werden könnte. Genau, das hat auch eine Zeit lang gedauert. Die Polizei hat das Waldstück durchkämmt. Es kamen Hunde zum Einsatz, auch ein Helikopter. Und am Nachmittag finden die Ermittler dann blutiges Laub und haben damit den Tatort gefunden, der etwa zehn Meter von einem Waldweg entfernt auf einer Lichtung liegt. Weiterführende Spuren finden sie aber da nicht, außer einem abgebrochenen rot lackierten Fingernagel, der später Sabine M. zugeordnet werden konnte. Wie gehen die Ermittler dann weiter vor? Es gibt eine Großfahndung, natürlich auch mit Hilfe von Medien. Wie gesagt, es gab ein Phantombild, das dank der Mithilfe von Sabine M. angefertigt werden konnte. Und darauf haben die Ermittler dann ihre große Hoffnung gesetzt, dass irgendjemand den mutmaßlichen Täter auf dem Phantombild erkennt, weil man eben starke Indizien dafür hatte, dass der Mann in der Nähe des Tatorts wohnt und daherkommt, sich auskennt. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass eigentlich was sehr Besonderes ist, dass jetzt in dem Fall das Opfer eben überlebt hat und so detaillierte Angaben zum Täter machen kann. Das ist in solchen Fällen ja nicht oft der Fall. Was sind denn das jetzt für Informationen, die Sabine M. über den Täter geben kann? Also was weiß man damals über ihn? Ja, das Interessante ist, dass ihre Beschreibung wohl sehr zutreffend gewesen ist. 30 Jahre später vor Gericht hat man ihn ja dann gesehen. Und da trifft vieles zu, also zum damaligen Zeitpunkt 25 Jahre alt. Bei der Gerichtsverhandlung war, meiner Erinnerung nach, Mitte 50, also genau 30 Jahre älter. Und du meinst, die Sachen haben immer noch zugetroffen, die sie damals von einem 25-Jährigen beschrieben hat? Teilweise ja, abgesehen von der Größe, also nicht besonders groß. Sie hat ihn als 1,75 beschrieben beim Prozess. Das hat eine Rolle gespielt aufgrund der Alkoholkonzentration. Da ist dann Körpergröße und Gewicht angegeben worden. Da wurde er mit 1,70 angegeben. Blondes, mittellanges, ungepflegtes Haar. Und ja, generell eben ungepflegt. Er hat nach Schweiß gerochen, nach Nikotin, nach Alkohol. Und hier ist der einheimische Dialekt in Erinnerung geblieben. Okay, das heißt, die Ermittler wissen ja damals dann schon ziemlich viel über den Täter. Aus der Beschreibung von Sabine M. Wie gingen denn dann die Fahndungen voran? Ja, es gab ein Phantombild, wie gesagt. Es wurden über 3.000 Fahndungsplakate in der ganzen Region aufgehängt. Es gab eine Medienstrategie der Polizei, um da die Öffentlichkeit eben auch immer wieder zu konfrontieren, daran zu erinnern, in der Hoffnung, dass ihn doch jemand erkennt. Es wurden 5.000 Mark für Hinweise als Belohnung ausgesetzt. Letztlich geht die Polizei über 1.000 Spuren und Hinweisen nach, überprüft mehrere hundert Personen, aber letztlich ohne Ergebnis, sodass nach zwei Monaten Ermittlungsarbeit die Sonderkommission aufgelöst wird. Und für Sabine M. muss das ja ziemlich schlimm gewesen sein, zu wissen, dass der Täter immer noch frei rumläuft. Natürlich, sie hat einmal gesagt, dass sie das erschreckt hat, weil sie schon Hoffnung hatte, aufgrund der sehr klaren Beschreibung und auch der Schnelle der Fahndung, die eingeleitet wurde, dass es einen Treffer gibt. Sie selbst wurde Anfang Februar aus dem Krankenhaus entlassen, also sie war einige Wochen im Krankenhaus. Leidet natürlich nicht nur physisch, sondern auch psychisch unter der Tat und das wird auch lange so bleiben. Sie hat einmal gesagt, sie war nicht mehr der Mensch, der sie vor der Tat gewesen ist. Über die Folgen, die die Tat für Sabine M. hat, werden wir dann gleich im Zusammenhang mit dem Gerichtsprozess nochmal sprechen. Es ist jetzt dann nämlich so, die Ermittlungen sind zwar im Sande verlaufen, wir wissen ja aber, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt auch, dass es dann doch noch zu einem Prozess kommen wird. Das heißt, der Täter wurde irgendwann dann ja doch noch gefunden. Wie kam es denn dazu? Genau, es liegt schlichtweg daran, dass die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei über die Jahre deutlich besser geworden sind, eben über bessere DNA-Analysen. Und 2009 bekommt die Kriminalpolizei in Aschaffenburg einen neuen Leiter, der sich alle ungelösten Mordfälle vorlegen lässt und veranlasst, dass sie nochmal geprüft werden. Bis das dann aber wirklich passiert, also bis die einzelnen Fälle wirklich geprüft werden, vergeht doch nochmal eine ganze Weile. Woran liegt das? Das liegt schlichtweg daran, dass es keine eigene Einheit gab, die sich jetzt mit diesen sogenannten Cold Cases beschäftigt, sondern dass das nebenbei bearbeitet werden muss im normalen Tagesgeschäft, wenn eben mal gerade Luft ist. Und bei der Polizei ist es nicht viel anders als in vielen anderen Berufen. Viel Luft nebenbei, neben dem Tagesgeschäft ist da eben nicht. Und deswegen dauert es bis 2015, bis sich zwei Beamte mehrere Fälle nochmal vornehmen und dabei auf den Fall von Sabine M. stoßen. Und selbst da war es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass man genau in dem Fall nochmal zum Ermittlungserfolg kommt, weil der Fall eigentlich gar nicht so im Fokus gestanden war. Es ging ja um ungelöste Mordfälle und der Fall Sabine M. war kein Mordfall. Es war eine Vergewaltigung mit versuchten Mord. Später haben die Ermittler aber dann auf die Frage gesagt, warum sie denn ausgerechnet diesen Fall dann nochmal angegangen sind, dass sie beim Lesen der Vernehmungen von Sabine M., dass sie das so berührt hat, wie sie das beschrieben hat. Und sie waren schockiert von der Brutalität des Täters, dass sie gesagt haben, so eine Tat, die soll nicht ungesünd bleiben. Und das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Die haben sich da schon mit viel Herzblut und viel Engagement in diesen Fall reingeworfen, sodass er nach 27 Jahren eben nochmal aufgerollt werden konnte. Wie gehen Sie denn jetzt dabei vor? Ja, das Naheliegendste ist, die alten Akten sich nochmal vorzunehmen, zu gucken, ob es da versteckte Hinweise gab, die damals übersehen wurden. Natürlich guckt man da auch, ist vielleicht irgendetwas falsch gemacht worden, nicht weil geschludert wurde, sondern vielleicht eben, weil etwas übersehen wurde, falsch eingesetzt wurde. Sie haben unter anderem die Hoffnung, doch nochmal neue Zeugen zu finden, die bisher geschwiegen haben. Das ist ja häufig so, dass sich Mitwisser von Taten im zeitlichen Umfeld von Kriminalität erstmal nicht äußern. Und wenn dann Zeit ins Land gegangen ist, entweder die Gewissensbisse kommen oder man hat sich vielleicht mit demjenigen, den man gedeckt hat, überworfen oder es ist jemand gestorben, wie auch immer. Das war eben die Hoffnung, dass sich da Rahmenbedingungen für Mitwisser vielleicht geändert haben, dass die sich doch noch melden. Und dann gab es, wie gesagt, die Möglichkeit der DNA-Analyse, die erst während der 90er-Jahre so wirklich aufgekommen ist. Man hat also deswegen auch in dem Fall, wie in vielen anderen Fällen, routinemäßig alte DNA-Spuren untersucht, die noch in den Asservaten geschlummert haben. Allerdings war das im Fall von Sabine M. bisher ohne Ergebnis. Und schließlich kontaktieren die Ermittler, obwohl sie noch nicht wirklich einen neuen Ansatz haben, Sabine M., und informieren sie, dass sie ihren Fall nochmal aufrollen wollen. Sie ist mittlerweile 51 Jahre alt, verheiratet, lebt immer noch im Landkreis Offenbach und arbeitet immer noch als Friseurin. Und sie wussten ja aber nicht, wie reagiert sie denn drauf. Hat sie es vielleicht mittlerweile verarbeitet und will gar nichts mehr zu tun haben? Wie hat sie denn reagiert? Ich meine, der Fall ist seit 27 Jahren her. Sie war zuerst mal so ein bisschen verwirrt, hat sich aber dann eher gefreut, dass das nicht in Vergessenheit geraten ist und dass sich jetzt nach so langer Zeit nochmal jemand um ihr Schicksal kümmert und hier für Gerechtigkeit sorgen will. Und ist letztendlich froh, dass der Fall nochmal auf den Tisch kommt. Und es kommt dann zum ersten Treffen zwischen Kripo und Sabine M. Sabine M. kann jetzt ja eigentlich keine wirklich neuen Hinweise geben. Sie hat ja damals schon ausgesagt und ich kann mir vorstellen, dass sie sich damals dann auch besser daran erinnert hat als jetzt nach so langer Zeit. Aber trotzdem stoßen die Ermittler auf eine vielversprechende Spur. Ja, bei der Durchsicht der Akten haben die Ermittler Glück und finden in den Asservaten mehrere Klebestreifen, von denen ich vorhin gesprochen habe, also mit denen Faserproben von Autositzen genommen wurden, also aus dem Auto von Sabine M. Die waren damals offenbar noch nicht im Labor untersucht worden. Also das ist genau so der Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da wurde vielleicht was übersehen. Gleichwohl hätte man das wahrscheinlich damals auch noch gar nicht so auswerten können. Aber es wird eben jetzt nachgeholt. Und die Ergebnisse sind zunächst mal ernüchternd, weil bei den ersten Auswertungen zwar DNA auf diesen Klebestreifen gefunden wird, allerdings nur sehr wenig und auch nur DNA von Sabine M. Weiß man eigentlich, ob der Täter versucht hat, das Auto zu reinigen oder irgendwie was damit gemacht hat, dass man da keine Spuren findet? Im Prozess war davon keine Rede. Da gab es meines Wissens auch keine Anhaltspunkte dafür. Allein schon aufgrund der zeitlichen Nähe, also wie schnell das Auto dann auch weggeschafft wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich eine Grundreinigung stattgefunden hat, die auch was gebracht hätte. Ist eigentlich erstaunlich, dass man dann damals so wenig Spuren gefunden hat, auch Fingerabdrücke und so weiter. Naja gut, aber das heißt ja jetzt, dass das erstmal so aussieht, als würde die vielversprechende Spur dann doch ins Leere führen. Über Wochen tappen die Ermittler scheinbar im Dunkeln und versuchen dann quasi an anderer Stelle nochmal neue Erkenntnisse zu bekommen. Aber dann gibt es ja plötzlich doch eine Überraschung. Genau, im Labor des LKA sind aus den Klebestreifen rund 500 Spuren extrahiert und untersucht worden. Wie du sagst, lange hat es so ausgesehen, dass da nichts Brauchbares bei rumkommt. Aber dann landet eine Mitarbeiterin im Labor im September 2017 einen Treffer und zwar bei einer der letzten Spuren. Also auch da Glück, dass da jemand im Labor gesessen war und gesagt hat, wir brechen hier nicht ab, sondern prüfen das alles mit derselben Gewissenhaftigkeit wie die erste Spur. Bei 500 Spuren muss man dazu sagen, das ist eine ganze Menge. Genau, und wenn man schon hunderte Spuren hat, wo nichts dabei ist, da kann man ja auf die Idee kommen, dann wird beim Rest auch nichts dabei sein. Aber die Ermittler waren gründlich und finden eben bei einer der letzten Spuren, es handelt sich um einen Klebestreifen, mit dem Fasern auf der Rückbank genommen wurden, männliche DNA. Also wir erinnern uns, der Täter war ja eigentlich nur auf dem Vordersitz gesessen, aber auf der Rückbank offensichtlich war er dann doch mal da hinten. Haben Sie einen Treffer? Das klingt jetzt nach einer sehr heißen Spur. Allerdings bringt eine DNA ja auch nur etwas, wenn man sie mit der passenden Person abgleichen kann. Also wenn man zum Beispiel schon einen Tatverdächtigen hat, mit dem man die Probe vergleichen kann, wo es dann passt, oder dass zufällig jemand in einer Datenbank schon abgespeichert ist, wo es dann durch Zufall passt. Wir hatten ja auch schon öfter Fälle hier, wo eben das dann nicht der Fall war. Man hatte zwar eine DNA, aber man hatte niemanden, auf den diese DNA passt. Wie ist es denn jetzt in diesem Fall? In dem Fall ist es, wie du sagst, es gab keinen Tatverdächtigen, mit dem man die DNA abgleichen konnte, aber es gab einen Treffer in der Datenbank des Bundeskriminalamts. Dort werden die genetischen Fingerabdrücke von Straftätern gesammelt und auch die von Tätern, die bisher nicht gefunden werden konnten. Und die Ermittler haben hier tatsächlich einen Treffer und die Spur führt zu dem damals 55-jährigen Jürgen R. aus Haibach bei Aschaffenburg. Sieht also so aus, als hätten die Ermittler jetzt nach fast 30 Jahren dann doch noch einen Volltreffer gelandet. Warum war Jürgen R.'s DNA denn in der Datenbank? Weil Jürgen R. 1988 nach der beschriebenen Tat nicht aufgehört hat, straffällig zu werden. 2004 wird er nämlich wegen der Vergewaltigung seiner damaligen Frau verurteilt. Er bekam wegen Vergewaltigung sexueller Nötigung und Körperverletzung damals zwei Jahre auf Bewährung. Und danach ist er auch wegen Eigentumsdelikten und Sachbeschädigung aufgefallen. Nachdem er dann doch in Haft musste, landete seine DNA in der Datenbank des BKA. Und auch da haben die Ermittler Glück, denn seine DNA ist nur in der Datenbank gespeichert, weil er in einem Programm ist, das Sexualstraftäter auch nach ihrer Entlassung weiter betreut. Sonst wäre es nämlich vielleicht nie zu dem Treffer gekommen, weil die Daten schon gelöscht worden wären. Aber er kommt einfach aus Haibach, also aus dem Ort, wo er die Tat passiert ist. Und also ich finde es schon ein bisschen auffällig, dass er danach noch auch sexuelle Straftaten begangen hat und trotzdem niemand auf die Idee gekommen ist, das vielleicht nochmal abzuprüfen, ob er nicht vielleicht auch was mit diesem Fall zu tun hat. Weil ich kann mir vorstellen, ich kenne jetzt Haibach nicht, aber es hört sich nicht an wie ein großer Ort. Da gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele Einwohner. Ja, oder auch mit der Fahndung. Man hatte ja eigentlich so eine genaue Beschreibung von dem Täter und er hat ja direkt neben dem Tatort mehr oder weniger offensichtlich gelebt. Schon erstaunlich, dass sich da nie jemand gemeldet hat. Ja, vielleicht zur Ehrenrettung der Polizei zwischen der Tat 1988 und der Vergewaltigung 2004 liegen 16 Jahre. Da sind nicht mehr dieselben Ermittler am Werk. Da ist so ein Fall auch mal so tragisch, ist in eine Vergessenheit geraten. Also wenn ich jetzt bei uns in die Redaktion gucke und wenn ich da jetzt jemanden fragen würde, was haben wir denn vor 16 Jahren geschrieben, ist das vielleicht ein schiefer Vergleich, aber was ich damit sagen will, ist, wenn es eben personelle Wechsel gibt, da liegt der Fokus auch mal vielleicht woanders. Und dann gerät sowas auch mal in Vergessenheit. Und wie gesagt, erst 2009, als dann der Fokus auf diese Cold Case Fälle gelegt wurde, kam da eben Bewegung rein. Was wissen wir denn über Jürgen R.? Ja, der Ermittler kremmelt seine Vergangenheit völlig auf links. Er kommt aus schwierigen Verhältnissen, schwieriges Elternhaus, schwierige familiäre Situationen, hat dort auch schon erste Erfahrungen mit Alkohol und Gewalt. Er hat drei Kinder von drei verschiedenen Frauen, ist arbeitslos, wenn ich mich richtig erinnere, hat er in seinem Leben 16 Anstellungen gehabt, war aber glaube ich nur bei dreien länger als ein Jahr. Also da war nie wirklich ein echter Rhythmus, eine echte Struktur im Leben. Er ist schwerer Alkoholiker und das Letzte, was wir wissen, er lebt, wie du schon gesagt hast, nach wie vor in Haibach. Wird er jetzt direkt festgenommen? Direkt nicht, die Ermittler wollen nämlich erst das tun, was du auch schon angesprochen hast. Sie wollen prüfen, kommt er denn vielleicht für andere ungelöste Sexualdelikte als Täter in Frage. Aber nachdem man jetzt weiß, wer der mutmaßliche Täter vom Januar 88 ist, will man ihn natürlich nicht weiter als Gefahr oder potenzielle Gefahr für die Gesellschaft in Ruhe lassen. Er wird beschattet, bis es dann im Oktober 2017 zur Festnahme kommt. Die Ermittler fahren zur Wohnung von Jürgen R. Er macht erst nicht auf, sie holen die Feuerwehr dazu, um die Tür aufzubrechen. Und in dem Moment reißt Jürgen R. die Tür auf, wo die Ermittler ihn dann festnehmen können. Und dann gesteht er direkt auf der Wache, am selben Tag, die Vergewaltigung. Er leugnet aber den Mordversuch. Ich würde sagen, wir fassen an der Stelle vielleicht nochmal kurz zusammen. Also im Januar 1988 wird die damals 22-jährige Sabine M. nach einem Clubbesuch in der Innenstadt von Aschaffenburg von einem damals erstmal unbekannten Täter an ihrem Auto abgefangen und mit einem Schraubenzieher bedroht. Und der Mann zwingt sie dann gemeinsam mit ihm in ihrem Auto in ein Waldstück zu fahren. Und dort vergewaltigt er sie und sticht danach mehrfach mit dem Schraubenzieher auf sie ein. Danach verscharrt er sie vor Ort unter Erde und Laub. Vermutlich, weil er zu dem Zeitpunkt denkt, dass sie schon tot ist. Und fährt dann mit ihrem Auto davon. Aber Sabine M. ist nicht tot. Sie schleppt sich zur Straße, wird aufgelesen von einem Autofahrer, der vorbeikommt. Der bringt sie sofort in ein Krankenhaus. Und dort wird Sabine M. dann notoperiert und überlebt den ganzen Angriff auch nur knapp. Sie kann damals sehr detaillierte Angaben machen zum Täter und es gibt sofort eine Großfahndung von der Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter aus der näheren Umgebung stammen muss. Und trotzdem wird er aber zunächst nicht gefunden. Es dauert fast 30 Jahre, bis die Kripo Aschaffenburg den Fall 2017 dann noch einmal aufnimmt und tatsächlich noch DNA-Spuren des Täters findet. Die führen dann schließlich zu Jürgen R., dessen DNA sich schon in der Datenbank befunden hat, weil er 2004 seine damalige Frau vergewaltigt hat. So kommt es dann, dass Jürgen R. 2017, also 29 Jahre nach der Tat, noch festgenommen wird. Und das ist der aktuelle Stand, an dem wir uns gerade befinden. Wie geht es dann jetzt mit dem Fall weiter? Vor dem Landgericht Aschaffenburg beginnt am 22. Mai 2018 der Prozess gegen Jürgen R. Er ist angeklagt wegen versuchten Mordes. Er hat ja bisher nur die Vergewaltigung gestanden, bestreitet aber, dass er Sabine M. töten wollte. Warum ist das relevant? Die Vergewaltigung ist mittlerweile längst verjährt. Eine Verurteilung ist also nur noch wegen des versuchten Mordes möglich, der genauso wie Mord nicht verjährt. Die Frage ist, liegt eine sogenannte Verdeckungsabsicht vor? Also wollte Jürgen R. Sabine M. töten, um die Vergewaltigung zu vertuschen? Das wäre ein Mordmerkmal, das eben für eine Verurteilung, für einen versuchten Mord notwendig wäre. Du warst ja damals als Reporter für die Mainpost vor Ort im Gericht. Wie hast du denn die Situation im Gerichtshall erlebt? Der Gerichtshall ist zu viel gesagt, weil das war damals eine ziemlich skurrile Situation. Das Landgericht wurde umgebaut, verhandelt wurde in so Baucontainern. Das war vom Ambiente her schon ein bisschen was anderes, als wie man sich das vielleicht vorstellt. Und dann war der Platz relativ begrenzt. Es gab großes Interesse, sowohl von Öffentlichkeit, also Bürgerinnen und Bürger, die dabei sein wollten. Aber auch viele Medienvertreter waren dort. Als Jürgen R. in diesen improvisierten Gerichtssaal kommt, gab er kein gutes Bild ab. Er war, wie schon beschrieben, relativ klein, ein bisschen untersetzt, schütteres Haar, nicht gerade gepflegt. Er hat auf mich so einen sehr gezeichneten Eindruck gemacht. Der psychiatrische Gutachter wird später von einem verpuschten Leben sprechen bei ihm. Und genau das hat er auch ausgestrahlt für mich. Für Sabine M. ist es ja auch das erste Mal seit der Tat, dass sie ihrem Peiniger noch einmal begegnet. Wie hast du sie vor Gericht erlebt? Sie war auffällig stark. Sie hat ihn versucht zu fokussieren. Er ist ihrem Blick aber immer ausgewichen. Sie war für mich der komplette Gegenentwurf zum Angeklagten. Also er, der eher so als Gescheiterter daherkam und sie eigentlich als eine Frau, die den Ausdruck Opfer, den man ja sowieso ungern verwendet, wirklich überhaupt nicht verdient hat. Sie hat einen sehr aufgeräumten, sehr starken Eindruck gemacht. Auch in ihrer Aussage, in der sie ja dann davon erzählt hat, wie sie die Tat danach und auch zum damaligen Zeitpunkt noch belastet hat. Sie hatte lange Angst, sich im Wald aufzuhalten, hat aber für sich dann Lösungen gefunden. Sie hat angefangen mit dem Joggen, dass sie sich wieder an den Wald gewöhnt. Sie muss erst auch wieder lernen, alleine rauszugehen, vor allem abends. Sie kauft sich ein Cabrio, um wieder Spaß am Autofahren zu haben, weil sie eben Angst hatte, in Autos zu steigen. Sie hat sich buchstäblich ins Leben zurückgekämpft und das hat man ihr angesehen und auch gespürt in ihrem Auftreten. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Jürgen R. wegen versuchten Mordes angeklagt wurde. Bleibt er denn damals auch vor Gericht weiterhin dabei, dass er nur die Vergewaltigung gesteht? Ja, dabei bleibt er. Er lässt über seinen Anwalt eine Erklärung verlesen, wo er die Vergewaltigung gesteht, aber bestreitet, die Absicht gehabt zu haben, Sabine M. zu töten. Er selbst schweigt aber. Okay, für Außenstehende klingt das ja jetzt erstmal eigentlich wenig glaubhaft, würde ich sagen. Immerhin hat er auf Sabine M. ja 16 Mal mit einem Schraubenzieher eingestochen, also auf den Oberkörper. Und sie damit ja schwer verletzt und sie dann auch nackt in einer kalten Januarnacht im Wald verscharrt. Also, dass sie das überlebt hat, war ja eigentlich ein absoluter Glücksfall. Ja, und insgesamt sieht es die Staatsanwaltschaft auch so. Das klang alles nicht sehr glaubhaft. Sie sieht dieses Teilgeständnis, also Vergewaltigung ja, Mordabsicht nein, als ein taktisches Manöver, dahingehend, dass er also nur diesen Teil gestanden hat, der eh schon verjährt ist und was die Spurenlage sowieso bewiesen hat und fordert die Verurteilung wegen versuchten Mordes zur lebenslangen Haftstrafe und darüber hinaus mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Wie sah das die Verteidigung von Jürgen R.? Wir haben schon gehört, er wurde von einem Pflichtverteidiger vertreten, von Jürgen von Gries, ein sehr erfahrener Strafverteidiger aus Aschaffenburg. Und er hat auf Freispruch plädiert. Und was soll ein Anwalt auch sonst machen? Rein juristisch ist das völlig nachvollziehbar, weil eine Mordabsicht erstmal bewiesen werden muss, eine Vergewaltigung verjährt war. Also juristisch total nachvollziehbare Verteidigungslinie. Aber natürlich hat das in der Öffentlichkeit und auch bei Prozessbeobachtern für Empörung gesorgt, dass man sagt, jetzt hat man nach 30 Jahren endlich den Täter und jetzt willst du, dass der Strafverteidigter vorkommt. Ich bin mir sicher, dass das jetzt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer erstmal ziemlich abenteuerlich finden. Wir haben ja zu Beginn der Folge schon angekündigt, dass wir in diesem Fall auch noch einmal mit dem Strafverteidiger Jürgen von Gries gesprochen haben. Wir haben ihn deshalb auch einfach mal gefragt, warum er damals auf Freispruch plädiert hat, obwohl die Beweislage gegen seinen Mandanten so erdrückend war. Ja, den Fall kann ich mir noch sehr gut erinnern, auch wenn er jetzt länger zurückliegt. Es ging damals um die strafrechtlich interessante Frage, die natürlich auch für den Mandanten eine sehr große Rolle spielte, ist die ganze Sache, die Vergewaltigung und das versuchte Tötungsdelikt. Vielleicht bereits verjährt. Das wäre es dann gewesen, wenn man kein Mordmerkmal hätte annehmen müssen. Mordmerkmale sind besondere Umstände, die das Ganze schlimmer erscheinen lassen als eine normale Tötung oder eine versuchte Tötung. Speziell und konkret in diesem Fall damals ging es um die Frage, ob der Mandant diesen Tötungsversuch unternommen hat, damit das Opfer quasi nicht gegen ihn aussagen kann. Juristisch nennt man das einen Verdeckungsmord zur Verdeckung einer Straftat, mit anderen Worten. Beim normalen Totschlag, wie wir den nennen, wäre das Ganze also verjährt gewesen. Auch die Vergewaltigung sowieso. Bei Mord, der ja in Deutschland und nicht nur in Deutschland nicht verjährt, war das Ganze also noch verfolgbar. Die Kammer, die Staatsbürgerschaft und die Strafkammer damals gingen von diesem Mordmerkmal aus. Es erfolgte auch Verurteilung wegen versuchten Verdeckungsmordes und das dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ich hatte damals ausgehend von fehlenden Mordmerkmalen mit der Argumentation, der Täter habe in Panik die Flucht ergriffen und ohne Verdeckungsabsicht gehandelt einen Freispruch beantragt. Dem ist das Gericht allerdings nicht näher getreten und auch die spätere Überprüfung beim Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichtes bestätigt. Einen wesentlichen Beitrag dazu, dass letztendlich doch das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht festgestellt werden konnte, hat die Aussage von Sabine M. geleistet. Das hat uns auch Jürgen von Gries noch einmal bestätigt. Die Geschädigte hatte, und das war eben was ganz Spezielles in diesem Fall, ja nicht nur überlebt, sondern sehr eindrücklich und sehr ausführlich mit vielen Details den ganzen Tatablauf geschildert. Das hat sie noch im Krankenhaus gemacht, damals direkt nach der Tat, als die Kriminalpolizei zu ihr ins Krankenhaus kam. Das Ganze hat sie dann auch im Prozess noch einmal gemacht mit einer ganz umfangreichen Aussage. Sie blieb ohnehin die ganze Zeit im Sitzungssaal. Diese Äußerungen haben wohl in dem speziellen Fall dazu geführt, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeurteilt worden ist, dass zunächst angenommen wurde das Mordmerkmal der Verdeckung. Das waren ganz einfach ihre Schilderungen, auch über die abschließende Flucht des Angeklagten, dass er noch einmal zurückkam. All dies hat das Gericht veranlasst anzunehmen, dass er sie quasi nicht nur mundtot machen wollte, sondern umbringen wollte, damit sie nichts aussagen kann. Auch die Schilderungen über den Ablauf selbst, wie lange die Straftat gedauert hat, sind natürlich ganz wesentliche Umstände für die Beurteilung, welche Strafe die gerechte ist, wie hoch die Strafe sein soll. Und das spielte hier alles eine ganz, ganz große Rolle, dadurch, dass eben das Opfer das nicht nur erzählen konnte, sondern auch entsprechende Fragen der Prozessbeteiligten diesbezüglich beantwortet hat. Vor Gericht kommt damals auch der Alkoholkonsum von Jürgen R. zur Sprache. Benni, inwiefern hängt das mit der Tat zusammen? Ja, der Alkoholkonsum kam nicht nur zur Sprache, sondern er war ja letztendlich auch kriegsentscheidend, weil es um die Schuldfähigkeit von Jürgen R. zum Zeitpunkt der Tat gegangen ist. Wie in vielen solchen Fällen wird da eben ein psychiatrisches Gutachten erstellt, das eben auch drauf schaut, was liegt denn für eine Alkoholerkrankung vor und hat die möglicherweise damals dafür gesorgt, dass er eben nicht schuldfähig gewesen ist. Der Gutachter hat damals ausgeführt, dass das Leben von Jürgen R. schon sehr bald von Alkohol und auch von Drogen geprägt gewesen ist. Sein Vater war alkoholkrank und gewalttätig. Am Tattag hat Jürgen R. angegeben, habe er einen Filmriss gehabt. Er hätte zwölf 0,5 Flaschen Bier getrunken, 350 Milliliter Wein und ein halber Liter Wodka. Daran kann er sich dann doch erinnern. Und die Experten haben dann hochgerechnet aufgrund Körpergröße und angenommenem Gewicht, dass er dann nach diesem Alkoholkonsum in der Zeit, wo er angegeben hat, diesen Alkohol zu sich genommen zu haben, bis zu vier Promille im Blut gehabt haben muss. Kann er sich dann an die Tat erinnern? Das ist eben genau das, was zumindest für die Staatsanwaltschaft, letztlich auch für das Gericht als unplausibel dann daherkam, dass er sich an die Vergewaltigung erinnern konnte, aber nicht an das, was danach kam. Sabine M. sagt dazu aus, sie hat nicht das Gefühl, dass er bei der Tat vom Alkohol benebelt war. Er hat gesprochen, hat ihr Anweisungen gegeben, aber sie hat den Alkoholgeruch, den hat sie wahrgenommen. Es kann ja manchmal sein, dass schwer alkoholkranke Menschen auch mit sehr viel Alkoholintrust trotzdem noch normal agieren können. Genau so ist es und das nimmt letztendlich auch die Staatsanwaltschaft an, die sagt, das ist alles eine Schutzbehauptung, weil er auf verminderte Schuldfähigkeit hofft. Und letztlich sehen auch die Gutachter Jürgen R. als schuldfähig an, eben weil er dann doch sehr, sehr strukturiert vorgegangen ist. Er hat beschrieben, wie er am Tatabend seine Wohnung verlassen hat, sich den Schraubenzieher genommen hat, die spätere Tatwaffe, das ist alles gesteuert und dass er nach eigenen Worten geahnt hat, dass jetzt irgendetwas Schlimmes passiert. Dann ist er noch stundenlang durch die Stadt gezogen und während der Tat, wie gesagt, hat er mit Sabine M. kommuniziert, war dann auch vorsichtig, er hat Zigarettenstummel aufgesammelt. Also der hat jetzt nicht irgendwie desorientiert diese Tat begangen und ist dann panisch davongerannt, sondern die Gutachter haben da schon einen Plan dahinter gesehen, für den man eben ein paar Sinne zumindest beisammen haben muss. Und dann ist da eben noch diese Vergewaltigung seiner damaligen Frau im Jahr 2004. Auch damals war er während der Tat stark betrunken und auch damals wurde er schon entsprechend begutachtet und die Gutachter sind auch damals schon zu dem Schluss gekommen, dass es keine alkoholtoxische Schädigung der Hirnfunktion gegeben hat. Also auch damals ist er als schuldfähig, trotz des Alkoholkonsums eingestuft worden. Ich finde, das ist nochmal ein ziemlich interessanter Punkt. Das hört man ja auch immer wieder, dass bei gewissen Taten oft Alkohol- und Drogenmissbrauch eine Rolle gespielt haben, genau wie eben hier. Und wir wollten von Jürgen von Gries, dem Strafverteidiger, deshalb auch noch einmal ganz allgemein wissen, was für Auswirkungen Alkohol- und Drogenkonsum auf die Schuldfähigkeit von Angeklagten haben kann. Die Alkoholisierung eines Täters spielt im Strafprozess eine ganz wesentliche Rolle. Es geht um die Frage einer eventuellen Schuldunfähigkeit oder um die Frage, ob diese Schuldfähigkeit zumindest vermindert ist. Das regelt unser Gesetz. Das soll natürlich auch gleich gelten. Deshalb gibt es gewisse Promillzahlen, die da eine Rolle spielen. Man kann also sagen, bei einer Alkoholisierung unter 2 Promille wird in der Regel eine verminderte Steuerungsfähigkeit beziehungsweise Schuldfähigkeit nicht unbedingt vorliegen. Da muss dann schon was dazukommen an Ausfallerscheinungen. Zwischen 2 und 3 Promille kann man dann in der Regel von einer erheblichen Reduzierung der Steuerungsfähigkeit ausgehen und kann als Gericht die Strafe mildern. Das muss man nicht tun. Das Gesetz im § 21 Strafgesetzbuch ist eine sogenannte Kannbestimmung, die einem Gericht freistellt, eine Strafe zu mildern oder dies eben nicht zu tun. Bei Promillzahlen über 3 Promille muss dann ganz intensiv geprüft werden, ob tatsächlich eine Schuldunfähigkeit vorliegt. Schuldfähigkeit teilt sich so ein bisschen auf in die Frage, kann man die Schuld einsehen beziehungsweise kann man sich noch selbst steuern. Das sind die beiden Aspekte, die zu prüfen sind. In der Regel geht es um die Frage, inwieweit jemand noch sogenannt steuerungsfähig gewesen ist. Bei Alkohol und bei Drogen ist auch ganz relevant, nimmt das einer jetzt erst seit Kurzem, ist der gewöhnt, diese Dinge zu sich zu nehmen oder handelt er schon lange unter dem Einfluss von Alkohol und oder Betäubungsmittel. Dann wird man davon ausgehen können, dass eine gewisse Gewöhnung stattgefunden hat, dass der vielleicht nicht so berauscht reagiert wie jemand, der das zum 1. Mal macht oder eben anfängt damit. Es gibt also Grenzwerte für Blutalkohol, die eine Auswirkung auf die Schuldfähigkeit von Täterinnen und Tätern vor Gericht haben können. Jetzt könnte man ja vielleicht auch denken, dass ich dann als Angeklagter einfach behaupten kann, ich wäre zum Tatzeitpunkt super betrunken oder auf Drogen gewesen und bekomme dann auf jeden Fall eine verminderte Strafe. So einfach ist es aber zum Glück dann doch nicht, hat von Grisons erklärt. Natürlich spielt es eine Rolle, ob jemand sich vielleicht extra bedrängt, um hinterher sagen zu können, ja, ich habe ja eine verminderte Schuldfähigkeit gehabt. Das ist natürlich auch lange schon Gegenstand der Rechtsprechung gewesen und entsprechend geregelt. Wer also sich extra in einen Rauschzustand versetzt, vorsätzlich, wie wir das nennen, der wird dann trotzdem bestraft nach der eigentlichen Strafnorm, nach dem Paragrafen, den er da verwirklicht haben könnte. Jetzt gibt es noch die Fälle, ich betrinke mich fahrlässig oder auch vorsätzlich. Mir ist das nicht ganz klar, was da mit mir passiert hinterher, aber man kann mir vorwerfen, naja, du weißt ja, wenn du trinkst, dann passiert dieses oder jenes. Es gibt also den Paragrafen 323a Strafgesetzbuch, Vollrausch heißt diese Norm. Ich werde dann also nicht nach der eigentlichen Geschichte bestraft, wenn ich beispielsweise irgendwas gestohlen habe, sondern eben nach diesem Vollrausch Paragrafen. Aber auch er hat Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren als mögliche Konsequenz. Der Prozess 2018 ging über sieben Verhandlungstage und am Ende fällt dann natürlich auch ein Urteil. Wie fällt es aus, Benni? Ja, so wie das dann ausfallen muss beim versuchten Mord lebenslange Haft. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Jürgen R. die Vergewaltigung geplant hat, kann ihn aber dafür eben nicht mehr verurteilen. Sie gehen aber eben von dieser Tötungsabsicht nach der Vergewaltigung aus. Das Einzige, was spontan erfolgt ist, so hat das klingt, die Wahl des Opfers, nämlich Sabine M., die letztlich ein Zufallsopfer gewesen ist. Die Strafe von Jürgen R. kann also frühestens nach 15 Jahren ausgesetzt werden. Er wäre dann 70 Jahre alt. Was er vom Richter nicht zugebildet bekommen hat, ist die vom Verteidiger von Chris vorgeschlagene Unterbringung in einer Entzugsklinik aufgrund seiner Alkoholkrankheit. Die lehnt das Gericht ab, schlichtweg, weil es keine Erfolgsaussichten sieht. Es kam im Gericht zur Sprache, dass Jürgen R. zum damaligen Zeitpunkt schon 30 Entgiftungsbehandlungen hinter sich hatte und 9 erfolglose Entzugsaufenthalte. Da haben die Richter dann gesagt, sie sehen jetzt keine Perspektive, dass das jetzt beim 10. Entzugsaufenthalt plötzlich klappen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass für Sabine M. dieses Urteil eine ziemliche Erleichterung gewesen sein muss. Ja, Sabine M. hat während des Prozesses nicht mit Medien gesprochen. Was aber allen Reportern dort aufgefallen ist, war, dass sie dann nach dem Urteil den Gerichtssaal lächelnd oder mit einem Lächeln im Gesicht verlassen hat. Später hat sie in der ZDF-Dokumentation gesagt, ihr Leben hätte sich, dass sie damals schon halbwegs wieder im Griff gehabt hat, hätte sich nach dem Urteil noch mal zum Besseren verändert. Und sie konnte endlich einen Abschluss finden. Das beschäftigt sie also nicht mehr so sehr, wie vor dem Prozess. Sie fühlt sich befreiter, dreht sich auf der Straße nicht mehr ständig um. Und für sie war dieses Urteil tatsächlich auch noch mal ein Neubeginn nach 30 Jahren. Dass das Ganze dann jetzt ja nach so langer Zeit doch noch einen Abschluss finden konnte, sind ja wirklich gute Nachrichten. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, könnten wir vielleicht noch mal erwähnen, dass der Fall von Sabine M. auch für die Kriminalpolizei Aschaffenburg noch größere Auswirkungen hatte. Und zwar gute. Das stimmt. Bei der Kripo Aschaffenburg gibt es mittlerweile eine Ermittlungsgruppe Altfälle, also eine Einheit, die sich speziell um solche Cold Cases wie den von Sabine M. kümmert. Man kann sagen, dass der sogenannte Hasenkopffall, so wurde er damals nach dem Waldstück, nach dem Tatort benannt, der Auslöser dafür war. Ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter über sogenannte Cold Cases gesprochen und uns auch mit Ermittlerinnen und Ermittlern unterhalten, die sich die Fälle teilweise nach Jahrzehnten noch einmal genau angeschaut haben. Und ich finde, gerade der Fall von Sabine M. zeigt auch noch einmal ganz eindrücklich, wie wichtig es ist, dass solche Fälle nie in Vergessenheit geraten. Wir haben jetzt ja wieder ganz deutlich gesehen, dass es eben auch noch Jahre oder Jahrzehnte nach der Tat möglich ist, neue Erkenntnisse zu gewinnen und vielleicht doch noch den Durchbruch zu schaffen. Ich finde es auch sehr eindrücklich noch einmal zu sehen, auch für die Ermittler vielleicht, was dann diese Arbeit wirklich leisten kann, dass Sabine M. nach dem Urteil einfach noch mal befreiter durchs Leben gehen kann. Was mir auch noch aufgefallen ist, sie hatte in der ZDF-Doku auch noch einmal gesagt, als die Tat passiert ist, als Jürgen R. zu ihr ins Auto gekommen ist, hat sie die ganze Zeit gedacht, das passiert mir gerade nicht, mir passiert es nicht, solche Sachen. Und da sieht man auch, dass es einfach jedem von uns passieren kann. Man muss einfach nur Pech haben. Ja, und ich glaube, der Fall ist auch für viele besonders bewegend, eben weil Sabine M. das Maturium dann damals überlebt hat. Und wir an ihrem Beispiel ja jetzt auch noch mal sehen, ja, wie wichtig es dann ist, dass solche Taten auch nach so langer Zeit dann noch mal aufgearbeitet werden. Du hast es gesagt, wie wichtig das einfach ist, dass Angehörige und Betroffene dann auch damit abschließen können. Und ja, eine Chance bekommen, das Ganze zu verarbeiten. Ja, der Fall zeigt eindeutig, dass hartnäckige und gute Polizeiarbeit sehr konkrete, positive Auswirkungen auf den Einzelnen haben kann. Das ist sicherlich bemerkenswert. Was mir in Erinnerung geblieben ist von dem Prozess, vielleicht noch mal, tatsächlich dieser Gegensatz, Sabine M. und Jürgen R. Auf der einen Seite eben diese Frau, die einen sehr entschlossenen, starken Eindruck hinterlassen hat, trotz des Maturiums, das sie hinter sich hat. Und auf der anderen Seite diese gebrochene Gestalt, der sich über sieben Tage lang ganz komisch immer auf der Anklagebank hingesetzt hat, der immer mit dem Rücken zum Publikum gesessen war. Das hat brutal unangenehm und unbequem ausgeschaut, aber er konnte also nicht mal den Anwesen ins Gesicht schauen. Also das waren so Gegenpole, die beide, das ist mir total in Erinnerung geblieben, vor allem, aber da auch noch mal, muss man einfach noch mal sagen, die Stärke, die Sabine M. da an den Tag gelegt hat, weil sie natürlich auch mit ihrer Aussage vor Gericht dann nach so langer Zeit dafür gesorgt hat, dass ein Urteil überhaupt möglich gewesen ist. Sie hat ja im Nachhinein auch noch mal gesagt, dass ihr wohl in dem Moment vor Gericht bewusst geworden ist, sie ist nicht diejenige, die sich schämen muss, sondern der Täter. Das war für sie wohl ein ganz bedeutender Moment auch. Ein schönes Schlusswort und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Eine sehr bewegende, wie ich fande. An dieser Stelle noch mal danke an Jürgen von Gries für seine Expertise und natürlich auch dir, Benni, dass du uns heute noch mal von dem Fall berichtet hast. Gerne, danke euch. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen und zwar mit einem ziemlich bekannten Fall aus Würzburg. Da dürft ihr auf jeden Fall schon mal ziemlich gespannt sein. Und bis dahin gilt natürlich wie immer, folgt uns gerne auf Instagram. Da posten wir regelmäßig Zusatzmaterial und die neuesten Infos zu unseren Fällen. Und wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.meinpost.de Tschüss. Ciao. Ciao.